Sie möchten die Zustellung von Paketen an Ihre Mitarbeitenden flexibler, sicherer und effizienter gestalten. Die digitale Paketwand von Pitney Bowes verspricht genau dies. Wir haben uns die Pitney Lockers genauer angeschaut. Ein benötigtes Bauteil, das neue Firmenhandy oder Kundenmuster. Die effiziente Zustellung von Paketen in Unternehmen ist aufgrund dezentraler Strukturen oft herausfordernd. Mit der digitalen Paketwand möchte Pitney Bowes Abhilfe schaffen. Heutzutage bei den hybriden Arbeitsmodellen sind nicht mehr alle Leute im Büro. Aber ich muss trotzdem einen Übergabepunkt, einen dokumentierbaren Übergabepunkt schaffen. Und das machen wir mit der Paketwand. Ein Mitarbeiter der Poststelle bestückt die Paketwand über zugewiesene Schließfächer. Die Empfänger erhalten automatisch eine Benachrichtigung mit einem Abholcode und können ihre Pakete rund um die Uhr abholen. Ich bekomme eine Mail, dass ein Paket angekommen ist, kriege einen QR-Code dazu. Und sobald ich das nächste Mal ins Office komme, kann ich dann einfach mit dem QR-Code an die Paketwand und ganz einfach mein Paket rausholen. Ob für Pakete, Dokumente oder IT-Geräte, die Paketwand kann auch als sichere Übergabestation genutzt werden. Gerade wenn ich Probleme mit meinem Laptop habe, lege ich meinen Laptop rein, der ITler kommt schnell dran. Und wenn der ITler auch mit dem Laptop fertig ist, wenn die Updates gemacht worden sind und das Problem behoben worden ist, dann kriege ich auch wieder eine Benachrichtigung und kann dann meinen Laptop schnell wieder rausholen. Dank der lückenlosen Tracking-Funktion weiß der Administrator, ob die Sendung abgeholt wurde. Alle Abläufe von der Einlieferung bis zur Abholung werden digital dokumentiert. Sicherheitsfunktionen wie Videoüberwachung und Zugangskontrollen garantieren den Schutz der Pakete. Das Ganze läuft auf einer Plattform. Wir nennen sie 360. Ein Universal-Tool, was Tracking, was Postboxen verwalten kann, was Shipping machen kann, was Analytics und ein Besuchermanagement abdecken kann. Die Paketwand selbst ist für Kleinstunternehmen geeignet bis hin zu Unternehmungen, Universitäten mit Campusgelände interessant, die einen digitalen Übergabepunkt suchen. Pitney Lockers können sowohl im Firmengebäude sowie im Freien aufgestellt werden. So ermöglichen Unternehmen ihren Mitarbeitenden einen sicheren und flexiblen Zugriff auf Pakete und entlasten die Poststelle. Weitere Infos zur Paketwand gibt es auf pitneybos.com.